Das Thema Enterprise Mobility beschäftigt die Fachwelt und ist in aller Munde. In Vorbereitung auf unseren Enterprise Mobility Summit im Herbst haben wir uns deshalb mal ein bisschen umgehört und die wichtigsten Fragen rund um den Themenkomplex Enterprise Mobility mit ausgewählten Teilnehmern der Branche diskutiert. Herr Cornelius, Sie sind Head of Sales bei Schiffel. Was ist aus Ihrer Sicht das aktuell brennendste bzw. wichtigste Thema im Zusammenhang mit Enterprise Mobility? Die wichtigsten Themen, ich glaube es ist nicht nur eins, sondern die wichtigsten Themen sind auf der einen Seite das App Security, nämlich dass fremde Apps bzw. Applikationen auf den Geräten sind, von denen man nicht weiß, wohin sie welche Daten schicken. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass in den Unternehmen sehr wenige Spezialisten vorhanden sind, dass Firmen krampfhaft Spezialisten im Bereich der EMM-Systeme suchen und dort kein Personal finden. Und was wir gerade feststellen, auch mit unseren internationalen Kollegen, dass in den Strategie-Workshops, die wir auch mit Kunden machen, sich herausstellt, dass manchmal ein EMM-System gar nicht ausreicht, um die Anforderungen eines Unternehmens abzudecken. Wo hört für Sie das bloße Zur-Verfügung-Stellen von Mobiltelefonen auf und wo fängt Enterprise Mobility an? Konkret oder anders ausgedrückt, was macht Enterprise Mobility wirklich aus? Also ich denke über den Zeitpunkt des bloßen Zur-Verfügung-Stellen von Devices sind wir inzwischen weit hinaus. Das hat es vor zwei, drei Jahren noch gegeben. Enterprise Mobility beginnt heute für uns damit, dass ich einem Mitarbeiter ein mobiles Device gebe, mit dem er in der Lage ist, auf Firmendaten zuzugreifen bzw. Firmeninformationen zu erhalten. Stichwort Sicherheit. Kann das Thema Sicherheit im Zusammenhang mit Enterprise Mobility überhaupt noch losgelöst bzw. separat auf dieses Thema beschränkt betrachtet werden? Oder muss hier nicht vielmehr die Sicherheit für Enterprise Mobility in den Gesamtkontext der IT-Sicherheit des Unternehmens eingebettet sein? Ja, das auf jeden Fall. Enterprise Mobility kann nicht mehr als eigenes Thema innerhalb eines Unternehmens oder innerhalb einer IT-Abteilung gesehen werden, sondern all diese Dinge, Firewall, Mobile Access Gateways, all diese Dinge sind inzwischen eng miteinander verknüpft, da es immer wieder um das Thema geht. Es wird dort auf sensible Daten des Unternehmens zugegriffen. Was konkret erwarten Sie von einer Veranstaltung wie dem Enterprise Mobility Summit? Also ich persönlich nehme ja jetzt das dritte Mal teil und Jahr für Jahr habe ich einfach gemerkt, dass die Qualität dieser Veranstaltung gestiegen ist, dass die Themen immer spezifischer wurden und dass auch die Anforderungen der Teilnehmer höher wurden an diese Veranstaltung und dass es wirklich dieser Veranstaltung gelungen ist, aus meiner Sicht die Enterprise Mobility Veranstaltung zu sein, die es in Deutschland gibt. Vielen Dank, Herr Cornelius. Gerne. Wenn Sie sich intensiver mit dem Thema Enterprise Mobility beschäftigen wollen, dann lade ich Sie ganz herzlich auf unseren Enterprise Mobility Summit am 6. und 7. Oktober nach Frankfurt ein. Dort können Sie ausführlich Ihre Problemstellungen, Ihre individuellen Herausforderungen mit Anbietern und anderen Anwendern diskutieren. Ich freue mich auf Sie. Vielen Dank. Vielen Dank.